Swipe! Swipe! Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Shoki Banoki mit einem Reaction-Video. Reaction schonungslos. Heute spielen wir Krasserwitze Bullshit Bingo. Dazu haben wir jeder hier so einen Buzzer. Und immer, wenn bei dem Video von Katja Krasserwitze irgendwas sexistisches oder anzügliches von ihr gesagt wird, dann drücken wir drauf und wer es zuerst merkt. Und wir hoffen natürlich, dass sie auch diesmal etwas sexistisch ist. Ja, wir kennen das Video noch gar nicht. Man weiß es ja nicht. Vielleicht sagt sie ja diesmal nichts. Aber jetzt machen wir erstmal das Intro. Und dann gehen wir direkt ins Video von der Katja. Shoki Banoki Reaction schonungslos. Swipe! Swipe! Und wir machen jetzt hier Stati Stati von dem... Das heißt, mein letztes Statement, Katja Krasserwitze. Ich bin mal gespannt, was das soll. Let's go! Los geht's! Achso! Ne, du musst ja was sagen. Ne, du musst ja was sagen. Joa, es dauert. Ja! Was denn? Sie hat doch nur gesagt, sie sitzt da. Ich sitze so geil da, hat sie gesagt. Ich schau mal jetzt beide Stöpsel rein. Ich hör das nicht. So, genau. Pass auf. Sie sitzt so geil da. Alter, ich gucke wieder und Katja und ich sitze so geil da. Sie sitzt so geil da. Das hat sie aber ganz schön... Sie sitzt nicht einfach nur so da. Achtung, jetzt Wortspiel. Das hat sie aber ganz schön verschluckt. Ja. Pass auf. So, eins nur für mich. Und ich freu mich auch noch mal, dass ich diesen Satz überhaupt noch mal sagen darf. Dass ich hier auf YouTube überhaupt sagen darf. Ich war ja sowieso im Knast. Im YouTube Knast. Ich war zwei Wochen weg. Ich hab meinen Kanal verloren. Ich hab meinen neuen Kanal verloren. Der neue Kanal lag mir sogar mehr am Herzen, weil wir einfach anderen Leuten gezeigt haben, man braucht nicht irgendwelche 1-2 Millionen Abonnenten, um auf die 1 zu gehen. Man braucht einfach geile Community, um auf die 1 zu gehen. Und die geile Community sind hier. So. Und das ist das Geile. Aber... Ja. Jetzt bin ich wieder hier. Meine Sperre ist weg. Sie... Sie... Achso. Ihre Sperre ist weg. Warte mal. Ich wollte euch nur sagen... Achso. Sie war gesperrt. Warum war sie denn gesperrt? Das weiß ich nicht so genau. Wenn ihr das hier seht und Katja Kratzerwitzer kennt, schreibt uns doch bitte mal in die Kommentare jetzt unten rein. Warum war sie denn gesperrt? Weißt du, warum sie gesperrt war? Schreib's mal rein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum sie gesperrt war. Wirklich. Keine Ahnung. Also der Kanal war gesperrt. Nicht sie. Was denn? Du hast nichts gemacht. Dass dieser Kanal erst so stillgelegt wird. Ich will hier erstmal nichts hochladen. Ich werde gucken, wie stark wir sind. Ich habe einen neuen Kanal gemacht. Geht auf den Kanal. Abonniert den. Da ist auch ein Video online. Abonniert den Kanal und... Ah, Katja Kratzerwitzer Music. Hast du den schon abonniert? Da haben wir doch hier Sugar Daddy geguckt. Ah, okay. Da ist Katja Kratzerwitzer Music. Ah, okay. Aber die hat noch nichts anzügliches gesagt. Soll ich mit 1 zu 0 gewinnen am Ende oder was? Warte mal, warte mal. Ist doch bescheuert. Es geht ja noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten. Ja, da wird bestimmt noch was sein. Also los. Kommentiert Hashtag BossBridge in die Kommentare. Sprengt das Video. Wenn ihr 100, 200, 300 Kommentare spammt. Einfach die ganze Zeit spammt. Den Kanal abonniert. Dann werde ich euch auch folgen. Ihr müsst natürlich aber auch euren Instagram Namen da hinschreiben. Ich möchte euch auch gerne was zurückgeben. Also ich folge euch sehr gerne zurück. Also was muss man machen? Man muss den Kanal abonnieren. Man muss seinen Namen da eingeben. Aber wir reden doch jetzt... Warte, ich weiß nicht. Jetzt höre ich nichts. Man muss doch... Wir sind doch jetzt hier auf YouTube. Aber jetzt reden sie plötzlich von Instagram. Okay, warte mal. Ich mache noch ein Vornehm für die älteren Leute unter uns. Die älteren unter uns. Also pass auf. Hier. Pass auf. Nochmal. Abonniert den Kanal und kommentiert Hashtag BossBridge in die Kommentare. Du musst den Kanal abonnieren. Hashtag BossBridge in den Kanal kommentieren. Also reinschreiben. Und dann? Sprengt das Video. Du sollst es dann sprengen. Also du sollst es dann sprengen. Okay, warte. Ah, da haben wir doch hier. Ne, lass die Kracher da stehen. Wenn ihr 100, 200, 300 Kommentare spammt, einfach die ganze Zeit spammt, den Kanal abonniert, dann werde ich euch auch folgen. Ihr müsst natürlich aber auch... Wenn du 200, 300... Wenn du 200, 300 Kommentare spammst, erst dann folgt sie dir. Also mal ganz ehrlich, liebe Katja, das ist ja auch so ein bisschen Aufruf zum Betrug, oder? Nein. Finde ich schon. Also den Instagram-Namen musst du da hinschreiben. Ist ja deiner. Ja, ganz einfach. Kannst ja auswendig deinen Namen. Ja, na klar. Haben sie ja schon. Haben sie ja schon. Ja. Ja. Geht auf jeden Fall auf den Kanal rüber. Abonniert den Kanal. Gönnt euch den Kanal. Spricht das Video an, was da online ist. Und ich freue mich schon sehr darauf. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ob dieser Kanal überhaupt bestehen bleibt. Oder ob er wieder nur einen Tag hält. Nachdem wir hier irgendwas auseinander genommen haben. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich darüber, dass ihr mich ganz verinstößt. Es ist eine sehr schwere Zeit. Ich hab mich noch mal weg. Ich hab mich mal ab. Es ist gerade sehr, sehr schwer. Und ich lächle zwar, aber eigentlich ist es total Spaß. Entschuldigung. Was denn? Was denn? Es ist ihre Lebensgrundlage. Ja, es ist gerade... Sorry. Sie hat aber zwischendurch von ihren Nägeln noch gehört. Es ist gerade sehr, sehr schwer. Ich hab noch nicht mal Nägel. Liebe Katja, soll ich dir was sagen? Ich hab es so schwer. Ich hab noch nicht mal Haare. Ja, noch nicht mal Haare. Und es ist die gleiche Substanz. Es ist die gleiche Substanz. Ja, genau. Also, pass auf. Ich hab wieder neu gelöscht. Wir müssen zusammen auf einen Gang noch auseinander genommen. Aber wir lassen uns nicht klein kriegen. Ich weiß ich nicht. Und ich hoffe, dass ihr mitzieht und euch auch nicht klein kriegen lassen, dass ihr die anderen einfach damit ein Beispiel darin geht. Und dann kriegt euch... Ich war zuerst. Alter, Alter, ich hab zuerst. Ich war zuerst. Ey, das kommt mir dran. Ich hab zuerst gedrückt. Ich hab zuerst gedrückt. 2-0 für mich. Alter, 1-1 steht's. Okay, weiter geht's. Es ist egal wie auf jeden Fall. Und deswegen geht auf den neuen Kanal. Gönnt euch stehen, abonniert den. Schreibt tausend Millionen Kommentare und Hashtag Bostrisch. Sprengt auseinander. Schreibt, wenn ihr Bock habt, auch euren Insta-Profil dazu. Und ich folge ihn natürlich sehr gerne. Einfach zurück. Und das war's auch wieder mit dem Video hier. Hast du gehört, was die gesagt hat? Ich folge dir sehr gerne. Einfach zurück. Einfach zurück. Also, die hat ja gar nicht vor, wirklich zu folgen. Guck mal jetzt. Also, pass auf. Nochmal, pass auf. Wenn ihr Bock habt, auch euren Insta-Profil dazu. Und ich folge ihn natürlich sehr gerne. Einfach zurück. Einfach zurück. Voll die geile Lüge. Ja. Das hat sie gar nicht vor, oder? Katja, ich bin echt enttäuscht. Ja, sehr gerne wäre ich... Also, bis jetzt habe ich dich aufgrund deiner inneren Werte sehr geschätzt. Pst. Aber, naja. Und das war's auch wieder mit dem Video hier. Dieser Kanal wird erstmal auf Eis gelegt. Und der nächste, der andere Kanal wird betrieben. Wird in Funktion gehen. Wird wieder ver****t werden. Wenn ihr ausrastet. Wenn wir den Leuten zeigen können, okay, dieser Kanal ist neu und würdig. Weil dann werde ich auch wahrscheinlich wieder als YouTube-Kanal da mit in meinem Kanal angesehen. Wenn sie die entsprechenden Abonnenten und die entsprechende Trifte haben. Und ich freue mich schon darauf. Deswegen, wir sehen uns jetzt gleich jetzt in meinem Kanal. Bis dann. Ach. Ach. Scheiße. Schade, wirklich. Sehr schade. Also, aus meiner Sicht ist es 2 zu 0 ausgegangen. Nee, nee, nee. Ich war auf jeden Fall bei dem Fick dich war ich eher. Also, ihr habt es ja gesehen. Also, ihr schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich glaube, es steht 1-1. Nee. Aber ihr könnt das entscheiden. Ja, genau. Schreibt in die Kommentare, wie es ausgegangen ist. Wer sagt, wer schreibt. Pass auf. Wer schreibt. Nee. Wer schreibt, dass es 1-1 ist. Dem folge ich. Nee. Wer sofort 2-0 schreibt. Und dann auch Hashtag Schuppi bei Doki schreibt. Hashtag. Hashtag. Hagenbeck ist der Beste. Dann. Ja, das kannst du eh vergessen. Kriegt ihr von mir. Dem folge ich. Dem folge ich. Nee. Denjenigen, die das machen und das hier auseinander platzen lassen, explodieren lassen. Sprengen. Äh. Da folge ich ein paar. Oh Mann. Na ja, gut. Also, was hältst du jetzt von dem Auftritt von ihr? Swipe. Swipe? Äh, ja. Keine Ahnung. Knaller, oder? Habe ich keine... Keine Meinung. Ist mir egal. Nee, ist so wurscht. Ja. Sie hat irgendwie ein Problem mit dem Kanal gehabt. Nee, sie hat ein Problem mit ihren Fingernängeln. Ja. Und du mit deinen Haaren. Und nicht mit meinen Haaren. Ja. Ja. Ich sag, ähm... Ihr könnt jetzt... Nee, nee. Ihr könnt jetzt mal den Kanal hier abonnieren. Schoki Banuki. Ein Like da geben. Und dann könnt ihr auch bei Katja nochmal reingucken und abonnieren. Alles gut. Katja, krasse Witze. Music oder sowas heißt er. Jo. Rio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Ja. Also ehrlich, Mann und Mann. Swipe. Swipe. Ja. Also 2 zu 0 war es auf jeden Fall. Nee, nee. Definitiv. Vielleicht war es ein Foto, finde ich, aber ich war auf jeden Fall schneller. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Definitiv. Auf gar keinen Fall. Ich hab's doch gespürt. Ich hab doch den Sound gehört. Ich hab doch... Alter, das hier war viel früher.